Rein kurz. Ist die Kamera, kann man? Nee, guck, nee, nee, nicht. Geh mal in den Spiegel gucken. Warum? Wenn du einen Spiegel hast, sag mir Bescheid. Boah, Gänsehaut, Wallah. Und dann spuck richtig rein, so richtig aus Tiefdee, richtig Dreck, was aus deinem Körper kommt. Gänsehaut, bei Allah. Was passiert? Wallah, was passiert? Maschallah, Ali. Kheer, Inshallah. Was von Kheer? Weißt du, Leute, Leute, die Kheer kennen, wie ist Kheer? Aber wie gesagt, ich werde dich nicht hier konfrontieren, wir werden miteinander konfrontieren. Nein, nein. Da, da, bei Allah. Ich sag dir warum, weil du siehst das alles als Show. Ich liebe ein reales Leben. Alles gut, Habibi, Habibi Barelo, alles gut, Habibi. Wie geht's dir, wie geht's, Familie, alles gut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Auch bei dir auch so, oder? Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. 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 Allah ist der Glück. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber Barelo, hast du dich gestern schlecht gefühlt? Sag doch ehrlich. Gib doch zu. Alhamdulillah. Nein, nein. Abbeutende. 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 Aber guck mal, seine Art. Und diese Hunde mit dir auch so bellen. Warte ab. Alhamdulillah. Ibu. Ja. Ist deine Schuld? Ja. Alhamdulillah. Ich sag dir ehrlich, ich finde, bei der Sache nochmal von gestern und jetzt die letzten Tage, Barelo ist nicht mal schuld. Ist meine Meinung, Barelo ist nicht mal schuld. Wegen was? Jetzt mach's mal. Oh Allah, dein Entzünden kannst du dir sonst wohin stecken. Meine? Ich sag dir eine Sache, ist der Typ, ist 20 Jahre alt oder keine Ahnung. 23? Ja. Ja. Für mich hat er, denkt er immer noch kindisch. Letztendlich. Ich weiß nicht, warum du jetzt Arschkriechen tust, aber ich sag's dir ja wirklich. Ich bin kein Arschkriechen. Er ist ein erwachsener Mann, ein Herr, der hat einen Kopf, wenn er hier Intrigen und Fettner machen kann, kann auch denken, er ist, kann Geld verdienen, Geld ausgeben, alles was ein Mann braucht. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Die Sache ist, jetzt kommt's, ich hab's so mitbekommen, ich hab's so mitbekommen, dass du überredet wurdest. Ich hab's so mitbekommen, ich hab's so mitbekommen, ich hab's so mitbekommen.